Geraldine Orawe ist eine nordirische Theater- und Filmschauspielerin. Leben Geraldine Orawe wurde 1969 in Belfast geboren. In London ließ sie sich Mitte der 1980er Jahre an der Weber Douglas Academy of Dramatic Art zur Schauspielerin ausbilden. 1988 stand sie für den Fernsehfilm-Finalran erstmals vor der Filmkamera. Danach trat sie mit der Moving Theatre Company sowie im Everyman Theatre und im Londoner Gate Theatre auf. 1993 war sie erneut vor der Kamera in einer Folge der Fernsehserie Die Abenteuer des jungen Indiana Jones zu sehen. Ihre erste größere Leinwandrolle hatte sie 1995 in der Literaturverfilmung Circle of Friends im Kreis der Freunde an der Seite von Minnie Driver und Chris O'Donnell. Darin spielte sie eine junge Frau aus der irischen Provinz, die mit zwei Freundinnen Ende der 1950er Jahre ein Studium in Dublin beginnt. Zumeist ist Orawe in Nebenrollen zu sehen, wie in Terry George Mütter und Söhne als Tochter von Helen Mirren oder in dem Film-Drama You Want You neben Rachel Weisz. Mit ihrem Ehemann, dem kanadischen Regisseur und Kameramann Paul Sarossi, hatte sie 1996 für den Independent-Film Mariette in Ecstasy zusammengearbeitet. Im Jahr 2000 war sie auch in der Hauptrolle seines Psychotrillers A Murder Ballad zu sehen. Mit der gemeinsamen Tochter lebt das Paar in London, Filmografie, 1988, Final Run, 1993, Die Abenteuer des jungen Indiana Jones, 1995, Eine englische Ehefrau, 1995, Circle of Friends im Kreis der Freunde, 1996, Mariette in Ecstasy, 1996, Mütter und Söhne, 1998, Resurrection Man, 1998, I Want You, 1999, Die Hafenspielerin, 2001, A Murder Ballad, 2001, Disco Pics, 2008, Simons Geheimnis. Untertitelung des ZDF, 2021